Jungs! Kann man doch mal sehen. Charme for the win. Das war so der Plan. Mal wieder. Oh, ich könnte... Hmm. 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 Aber da wird schwierig. Du wirst jetzt wählen. Du wirst jetzt wissen, was zu tun. Hmm. Hmm. Ich bin gespannt, was das gibt. Ich habe zwei Archons dabei. vier Archons. Ups. What the hell? Oh. Wie recht er da hat. Au. Gibt es einen Dschungel? Ja. 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 Gegen wen? Kommt drauf an, wer da hingeht, ne? Hm. Hm. Ist jetzt die Frage. Ihr pick now. You know what to do. Aber dann jetzt auf die... Hm. Morphling? Sicher? Ja. Ich jetzt... Hätte ich jetzt auch gesagt. Naja. Dem sein... Kein Mikrodo. Irgendjens. Das frisst schnell dort links weg, weil das viele Tics hat. Hm. Hm. Okay. Wollen wir mal sehen. Abaddon. Spiritbreaker. Parch. Sniper? Ach was. Das kriegen wir schon hin. Hm. Mitte gewinnen. Ja. Midgame. Könnte auch Mist stärker sein. Lategame ist mit unser Heuerdienst. Uuuh. Hm. Hm. Ja. Ich bin auch ewig offen. Ähm. Ich überlegen. Kann... Glaub ich zwei. Hat er mir den gegeben? Okay. 30 Sekunden zu Showtime. Hm. Ja. Ähm. So. Kommt auch noch. Vier Mann. Äh. Oh. Äh. Ja. 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 Ich sollte die peen. Ops. ah shit, dammit, what the hell, vorausgesagt Natürlich bekommt er einen Bash. Natürlich bekommt er einen Bash, was auch sonst. Instant Lucky Bash. Kommen wir über die Grenze. Muss aber Main Target sein vom Tower. So doof. Yeah, I got blocked by Krebs, relax. I don't think I'm trying. Gut, dass er den Adaptive Strike schon zum Raushauen hat. Ah, wenn wir die Nummer nochmal abziehen, geht er drauf. Witzige Sache. Oh, jetzt brennt er mit. Ich hätte ihn hexen können mit genug Abstand. Ich hätte seinen hübschen Charge abgebrochen. Na. Ach, der hat noch genug. Okay. Ja, ich hätte ihn. Okay. 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 Aber wenn der zu langsam ist zum Lasthitten. Oh, vielleicht sollte ich da mal ein Ward auftreiben und den dann vielleicht tatsächlich Spirit Breaker Charging. Hm, wäre unglücklich die zu stacken mal wieder, weil die schnell bemerkt werden. Jetzt hat also aber keiner geblockt. Oh, das war's toll. Das war's toll. Hm. Hm. tut auf jeden fall weg wenn ich jetzt genug mana hätte weißte zu schlechtes timing keiner sammelt hier oben die runen ein die krebs haben mich gegeben daher ok damit spielt mehr ich meine es auch noch mitbestimmt oder mit liefern lassen halter und sind die denn so schnell das war gut timing alter timing einfach nur vorbeikommen schäkeln und dann wieder weg ich bräuchte mal meinen mohr so much hp region if i get the kill no yeah okay sure i'm happy we get the kill but otherwise if i got the last hit i would have survived snapper would have died and you would it wouldn't have died this is all i mean das stimmt das ist so eine mechanik das stimmt leider yeah i don't give a shit about the goal like literally i don't care i just want to we need some fucking vision wow 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 da habe ich noch nicht genug spirit charging ja schon Oh, warum habe ich die denn jetzt auf einmal, hä? Ist denn irgendwer geschickt oder was? Oh, war vielleicht nicht die beste Idee, hm, okay. Oh, 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 oh shit. Oh, 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 oh shit. Und tatsächlich ist ja egal, das ist auch mal beschwert. Wenn keiner misskommt, ist das nochmal ne andere Sache. Wenn ich meine Boots hab, dann kann ich auch langsamer anfangen mit irgendwas. Das ist ja Level 8, das ist doch schon mal wunderbar. Hm. Au. Ah, dammit. Au. Kein Mitz-Affatisch. Oh, shit, Mann. Oh, der kommt noch weg. Wunderbar. Puh. Okay. Nein. Na, brauche ich nicht. Ich brauche einen, boah. Wahrscheinlich noch hier und den muss ich umsetzen auf hier. Ich brauche ihn nicht. Ja. 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 ja ich brauche noch mal ein paar lastets zwei stück ok der hat jetzt erstmal keinen shield ah dammit roger's timing roger's timing Könnte ich vielleicht hexen? Oh, wenn ich charge da. Hä 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 hä. Ah, shit. Ich weiß nicht, was ich machen konnte. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh. Oh. Oh, dammit. Oh. 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 Oh, shit. Oh. Nix am wenigstens snacken. Okay. Hi. An Level 6. Oh. Wer ist? Oh. Oh, oh, oh. Goddammit. Boah, das ist gerade ausgelaufen. Ah, toll. Oh. 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 Es geht an so hin. Alles gut. Oh, wie schwerst du dich? So. So. Okay. Natürlich gut, wenn wir unterm Tower fehlen könnten. Hm? What the? Oh, okay. Oh, shit, man. Ja. Goddammit. Oh man. Fuck. Oh. Wo ist er, hä? Oh, fuck. mein gott ne yo ist gut Braheans und Skullbasher Pudge hat nen Blink Du's on fucking who? Everybody who's more than half HP? Shut the fuck up Meduza, do your fucking job. You counterpicked yourself, Nick, now you're complaining like a bitch God damn Son, Son Now you see how fucking Alchemist counters Meduza, right? You see it Not being there no more Ah, shit man God Damn it No middle powers under attack Dyer's structure is a 4-5 I'm trying to knock down your middle powers I'm telling the troops and get over there Ah, what else is our Morphling? Oh shit Your middle power is under attack This is one of the tanks in the back home They start to grip her I'm muted I go Dammit Oh look, this game is over. The Tusk isn't even looking for kill opportunities. I don't know Hmm, lots of jungle creeps with a Meduza in your team. I don't understand what you think you're doing, man You sound like a dick, but I don't know You sound like a Shade direct And the Ablenkung make I accept your guidance What? Hä? War das nur eine Elu? Hat er noch kein Shadowblade oder so? Da hat er einen Blink. Oh, sch- Oh, sch- Okay. Alles klar, dann hoffen wir nochmal drauf, dass der Mordling irgendwie noch was reißen kann, aber es wird schwer gegen den Alchemist, weil so Farmbilder ist. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ah, Mann, ich bin nicht erinnert. Ah. What the fuck? Fuck. If I could have shoved you in a beat, I got it. Ah. Missed one in the game. Oh, he doesn't understand midge meta, midge ups. If he counterfixes himself, he doesn't even see it. Shit, you motherfucker. 3-8, you fed it their god, you fucking piece of shit. But he doesn't do anything this game. He's not... I fuck my deck. I don't know. This is not about this. I fuck my deck. Fucking asshole. You ruined the game and you're calling me an asshole. Oh, that better be something important going on. Cause you counterpick yourself. I go. Dire structures are fortified. They're trying to knock down your middle. Pepper is not a big problem the whole game. The only thing we mishandled is how often we can kill them in lane. We could have killed them much more, but this is not up to me. This is up to Tusk, who didn't want to play the game. Mmm. Just counterpick yourself and now you're mad cause you're bad. Cause you didn't see it. I don't know. It's not my fault. Are you even watching your top tower? The spirit moves me. The structures are fortified. I don't know. I can't even punch. I don't know. Blink. Ah. Oh. Und die werden wir schon da haben. Yeah. Okay. Ja. Oh, und Alchemist ist direkt wieder hier. Oh ja. Ja. Was hat der Tusk überhaupt gemacht die ganze Zeit? Ich hab keine Chance irgendwas zu machen, wenn man nicht... Ach, wirklich? Okay. Wenn ihr es versuchen wollt, klar haben die Vision. Ich kann gern versuchen zu geboren, aber... Ja. Ich habe noch drei Wards, aber... Oh, hey, it's time for some of that hero stuff! What the hell? Ja. 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 Oh. Ja. Okay. Tja, ich stehe 1 zu 10. Tja, ich stehe, ich stehe, ich stehe, ich stehe. Lächerlich, wenn ich das jetzt noch wegfarmen könnte. Ja, ich stehe, ich stehe, ich stehe. Ich stehe, ich stehe, ich stehe, ich stehe, ich stehe. Hehehe Hm Hm. 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 Wenn wir das hier raus noch holen könnten. Oh, guck mal. Holen wir noch den D-Ward. Oh. 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 Du saliert drauf. Was soll man sagen, soviel zu meiner Winning Streak im Ranked Roll, Matchmaking, was auch immer. Medusa 10.000, Morphling 11.000. Unglaublich. So, dann wissen wir das nächste Mal, dass er ein Arschloch ist. Oder nicht spielen kann. Whatever. Auf jeden Fall. Ich setze mich das auf 39% zurück. Und das ist so cool. So, dann müssen wir... 3 Prozent. Und 30 nicht 29. Und das ist das Spiel. 416 mit einer Niederlage. 1 9 4 8. Was wir um der 25 sind. Was ich mir hätte denken können. Und das Ranked Roll, Matchmaking, ist. Dort. 2 9 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 1 6 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 1 9 10 10.